Herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play Mario Kart 64 mit Pladdy! That's me! It's me! Mario! Ah ne, Pladdy. Ja. Ich hab mich verletzt. Ich weiß nicht wie. Wir machen heute einen Compré Mario Kart. Ja, mach mal die Klassen durch, oder? Ne, lass doch die Klassen durch. 50 Kubik. Wir müssen halt losgucken, welche Dings wir nehmen, welche Strecken. Weil zwei ja ein bisschen buggy sind. Die zerren wir auch durch. Die werden schon gemacht. Ja, ich als letzter. Ja, also ich nehme... Bowser. Ich nehm Toady. Also Toad nehme ich auf jeden Fall immer bei Mario Kart. Wenn's geht. Ja, den haben wir zwar schon auf Gold gemacht, aber wir zerrens einfach mal für euch nochmal durch. Nochmal durchgeknüppelt. Alles schnuckelig. Und ja. Verpiss dich. 50 Kubik ist das. Total easy, oder? Na ja, geht so. Bis jetzt. Bist ein Wichser, Alter. Yo, ich hab dich auch lieb, mein Friend. Oh, ihr seid so krass behindert. Ich möchte, dass du nicht... Man! Ich möchte, dass du nicht ablust. So wie sonst immer. Ja, ich wisse auch nicht, was los ist. Normal bin ich den Controller hier auch nicht. Oh, wo ist denn der Pisser? Hau ab, Bongo, Alter. Hau ab, Bongo, Alter. Hau ab, Bongo, Alter. Guck mal zu mir sein, aber. Den ersten hast du schon empfiehlt ja. Ja, und nochmal welche, ja? Ja, klar. Du Arschgeburt. Oh nein! Uh, wir haben das Duspaket da hingelegt. Ja klar. Du Affe! Hast du wohl erwischt oder was? Nee, fast. Jetzt häng ich aber hier hinterher. Ach ja. Und das Ding weg. Mach ich. Und du doch nicht. Ach so. Das war aber meins. Hättest du aber wegnehmen können. Wäre ja kein Problem. Alter Scheiße. Das war meine. Oh. Fick dich. Das tut mich jetzt aber leid. Das ist nicht wahr. Hast du jetzt Bananen hingelegt? Oh ja, das hab ich. Ja. Ey echt jetzt. Bist du da rein gefahren? Es leidet der da voll rein. Wieso bin ich vierter? Wie kommt denn das? Du hängst ein bisschen hinterher. Wir sind in der finalen Runde. Schon? Ja. Ja. Ich dachte nicht so am Mikrofon klackern hier. Ach ja, stimmt ja. Das hört man ja schön, dass sie klackern. Aber. Dann sehen sie, dass wir das wirklich lieben. Das ist mehr so eine Hassliebe. Jetzt bin ich echt dritter, ey. Das ist so traurig. Vor allem auf der Strecke. Boah Alter, wie hast denn du die Bananen hingelegt? Gut oder was? Hast du erwischt? Nein. Alter, wie hab ich denn die Bananen hingelegt? Hahahaha. Hitsch verpiss dich mal Alter. Hitsch verpiss dich mal Alter. Hitsch verpiss dich mal Alter. Oha wie slidet der denn? Wie schlimm war das mit mir? Erster. Erster meine Freunde. Rekt dich! Erster! Ich hab den ersten Platz geholt. Wenigsten dritter. Oh das war aber ein. Alter, das war ein Trauerspiel so richtig krass. Das war ja... Ich kann mit rechts mein Bier nicht mehr hin. Das ist echt traurig. Gut, dann nehme ich meins mit rechts. Ach man, so ne Scheiße. Ja, 9 Punkte für den Webbrowser. Tja, da habe ich eigentlich die ganze Meisterschaft jetzt schon verkackt. So ein dritter Platz ist Katastrophe. Ist doch nicht Katastrophe. Natürlich ist es Katastrophe. Jetzt geht es richtig los hier. Jetzt geht es ums Eingemachte. Pass mal, wie ich hier starte. Ja, so wie ich. Ja, ja. Ich bin mit dem Scheiß. Ich schieße vor allem noch nach vorne. Schießt du sich noch selber, der Freak. Hättest du ja nach hinten abschießen können. Hättest du ja, jetzt bin ich noch nicht getroffen. Am nächsten Mal. Ich bin schon mal dritt am Höhen. Hey, dritter Platz. Yes. Ah, du Affe, du hässlicher Pilzkorb, wieso bist du unsichtbar? Ich weiß nicht, das ist einfach so passiert. Ah, fuck! Nach hinten, nach hinten. Ja, ja, ja. Oh, scheiße. Das hat mir irgendwas eingrammeln sollen. Nein, da fahr ich über einen hässlichen Maulwurf. Ich fass es nicht. Schieß doch noch! Dritten noch holen. Du bist ein Wechsel. Oh, nee. Ah! 50 Kubik ist gar nicht so einfach, wie ich immer dachte. Nicht? Nee, irgendwie nicht. Super. Drei Mann haben wir zwölf Punkte. Tja, mit einer davon bin ich. Mit einer ich. Ja, das ist ja kriege. Oh, nee. Die haben wir stundenlang den einen Abend gezockt. Ja, das ist es ja. Die ist überspielt. Habt du wohl. Wieso leidert er? Alter. Ich hab den Start perfekt gesetzt eigentlich. Ja, hast du. Aber irgendwie... Du hast mal gearbeitet. Ja, das ist ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja. so, ich war so Affe, Alter. Oh, ich fahre genau durch die Pakete durch in der Mitte. Schön. So, dann gehen wir weg. Also gerne die Abschützungen nochmal. Die bekriege ich so selten. Oh ja! Jetzt kommen die Bäume. Nein, das ist... nein, 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 nein! Du ist Mazar! So, erstmal die Schlampe wegknallen. Weltrekord! So, und ja, es kommt. Wir müssen ein bisschen was aufholen. Boah, nein! 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 Gegen die Wand gesprungen! Das ist schön! Das ist wunderschön! Nein! Das wusste ich ja nicht. Nein! Ich bin aber auch der Einzige, der sich dann immer dreht. So, verpisst du dich erstmal? Boah! Boah! Ey, das darf doch nicht wahr sein! Endste Runde! Dritter! Und das ist eigentlich meine Lieblingsstrecke! Lieblingsposition! Lieblingsposition! Oh, wird er nicht durchgekommen! Ich fass es nicht! Das gibt's doch nicht! Bin ich zu blöd dazu oder was? Das ist das! Kommt irgendwas, Dennis! Oh Scheiße! Bananen sind doch optimal für dich! Ich hab dir Yoshi mal dahin gelegt! Oh, ich hab nicht gekriegt! Oh, ich hab nicht gekriegt! Oh, ist ein Glück! Rutsch bitte auf eine Krabbe oder so! Niemals! Mann ey! Platz Uno! So! So, da sind wir jetzt schon fast als Sieger durch! Können wir uns mal jetzt hier retten machen? Du kannst jetzt noch richtig verkacken, Alter! Ich will jetzt! Und das wirst du auch! Ja, das ist so eine hässliche Strecke! Ich weiß gar nicht mehr! Du gewinnst! Zumindest gewinne ich nicht! Ich muss vor dir ins Ziel! Das wird passieren! Definitiv! Weil das ist überhaupt nicht meine Strecke! So null, nada, niente! Echt jetzt! Du hässlicher Vogel! Was soll man zu mir sagen sollen? Du hässlicher Vogel! Ah, was mach ich denn? Ich will Mario seine Banane gefauen! Ähm! Ist das dein Ernst? Natürlich ist es mein Ernst! Ist das dein Ernst? Ich wusstest, dass es kommen wird! Ich kann die nicht mehr nach hinten schießen! Es funktioniert nicht mehr! Du musst das Ding nach hinten halten! Das habe ich auch schon versucht! Du kannst ja gar nichts! Ja! Das ist das Problem! Was dir dass ein Ernst von ihm vorbeißt! Ja, das geht nicht mehr! Okay! Was resembler ich nicht! Weiß ich! Ja, das ist doch gar nicht! Tja! Das ist doch gar nicht! Ja! Wir sind doch gar nicht! Ja, ja, natürlich! Oh, ich bin Superäner 8er, 7er. Ist das schon die letzte Runde? Nein. Letzte Runde. Sechster. Sechster, Alter. Und ich fahr... Nein. Ach, Mann. Tja. Das war ja schon mal nichts. Ne, jetzt. Ja, und das. Alter, so weit zurück kann ich da ja gar nicht liegen, dass ich hier Yakin sehe. Echt jetzt! Echt jetzt! Alter! Was ist das doch für ein Arsch, Alter. Hast du das gesehen? Ne. Ich hab den abgeschossen, der ist hochgeflogen, runtergekommen und hab mich genau getroffen und ich hab mich gedreht. Das werd's mir nochmal ansehen. Nein, das wusstest du nicht. Oh, die Zeit von dir. Hast du nie gesehen? Ja nicht. Besser so. Souveräne 30 Punkte geholt. Machen wir danach keine zweiten Grand Prix, oder was? Scheißspiel. Ja klar, sind wir jetzt durch. Also Grand Prix 1 auf 50 haben wir geholt. Hm. Wie vieler bin ich denn im Endeffekt geboren? Oh, ich kann... Du bist auf dem Dremdchen. Ich kann meinen rechten auch nicht mehr reden. Ich weiß nicht, was los ist. Du bist Zweiter. Wie denn das? So wie ich das sehe. Ich hab grad null Punkte gekriegt. Ja, du hattest aber noch schon ordentlich. 18, glaube ich. Ja, dann ist die Platzierung judaussich bei einem Netzrennen. Ich kann mit links nicht hoch und mit rechts kann ich auch nicht gehen. Boah. Ich weiß nicht, was los ist. Es ist echt traurig. Das ist ja natürlich sehr ärgerlich. Hat auch erst kurz vor dem Let's Play angefangen. Passenderweise. Ja, am ersten Rennen hab ich mir wohl den Sieg geholt. Das heißt 1 zu 0 für mich? Ne. Okay, 1 zu 0 für mich. Die Platzierung sagt auch die Punktzahl aus. Du hast eigentlich ab 2. Logische Konsequenz. Eigentlich nicht. Ja, dann würde ich sagen. 50 Kubik. Zweites Rennen. Bowser. Während ich rauchen schon wieder oder was? Ja. Los. Los. Gar nicht deutlich. Da haben wir auch schon mal einen Gold Cup geholt. Das ist ja kurios. Haben wir auch einen Gold Cup geholt. Und hier haben wir noch nichts geholt. Ja, erstmal Flower Power. Ach du Scheiße. Ja. Boah. Boah. Scheiße auf die Zigarette. Kannst du dich mal fuchsen. Danke. Und du auch. Das zieht doch vorbei der kleine Toadie. Ja, aber das kann. Na 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 na. Das ist aber auch eine Protestante. Nein. Sicher? Ja. Das ist schön. Wir sollten mal gucken ob das was bringt oder... Wom alle wegnehmen... Du Affe! Du hastlicher Affe wie kannst du noch hinten schießen oder nicht? Das geht. Aber irgendjemanden habe ich vielleicht... Scheiße. Ach nee, fuck! Das muss nicht mal genau sein, Alter! Das darf doch nicht wahr sein! Schließ dich selber ab. Das ist natürlich össerst blöd, oder? Wer hat denn die... Warum fahr ich überhaupt? Mama mia! Na die kannst du doch nicht einschießen! Ach so, das sagst du mir jetzt! Was ist man doch? Ich habe das 1433 Jahre nicht mehr gespielt. Ich habe die Prinzessin weggeschossen. Hast du dich für so selber abgeschossen? Na, das wäre ja nicht. Wir leben jetzt Mama mit dem Fall. Nein... Vergewaltigung des Sticks! Huiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Ich bin souveräner Funfter... ...krau aber einfach. Ich bin ein Ghost! RU.RAURR... Warum bist du denn so weit zurück ? Ich weiß es doch nicht ! Was bis jetzt dritter ? Läuft doch ! Klar ! Oh, wir hatten ja Bananen hier nicht ! Alter ! Und dahinter so ne Bombe, wa? Hab ich's mir genau gesehen. Ne, du verpiss dich, Alter. Letzte Runde für Dr. Bowser. Ja, jetzt dazu. Das darf doch nicht wahr sein. Kommt genau in dem Moment so ein scheißverkacktes Mistding angeflogen. Entschuldigung. Das ist ja echt... Komm vorbei, drängeln. So, weiter. Das ist doch absolute Scheiße. Ich hab die Prinzessin weggeholt. Ich hol dich gleich weg. Ja. Möglich wäre es. Schön wäre es. Es wäre schön. Es wäre wunderschön. Schieß doch mal die Prinzessin jetzt ab. Die hängen mir ja am Arsch. Die hab ich da alle abgeschossen. Das fliegt einfach in der Dingseite. Alle drei. Ich bin schon wieder dritter. Die Prinzessin macht ja einen Stress hier. Meine Bananen. So, erster. Für Dr. Bowser. Das ist nicht schön. Wie nah die bei dir dran hängen, das ist der Hammer. Das ist echt nicht schön. Ich bin noch auf und zu mal hängen geblieben irgendwo. Ja, ich weiß. Mario und Yoshi sind gleichzeitig übers Ziel gefahren. Aber Eno kriegt nur Punkte. Wie blöd ist das denn? Gar keine. Wario? Wario und Yoshi. Wario. 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 Aber genau die kleine Platzierung hat man doch vorhin auch. Keine Ahnung. Ich auch so, du dritter. Ja, das ja. Und am Ende weiß man ja, wie es ausgeht. Jo, und weiter geht's. Ich werde Weltmeister. Ja, natürlich. Ach, das ist die Strecke. Superstar-Finn. Eieieieieieieieiei. Hat er. Sein Ernst. Oh ja. Nimm ihn doch weg. Und das war die Strafe dafür. Das ist doch nicht wahr, Alter. Langsam macht's keinen Spaß mehr. Da will ich mal wissen, wie du durchs Schneemann-Paradies fährst. So. So. Oh Mann, das. Alter. Ganz ehrlich. Dieses Spiel. Liegt hier nicht. Gar nicht. Nicht mehr. Ich glaube damals, wo ich 6 war. könnte ich das wesentlich besser machen. Trotzdem klebt er mir am Arsch. Mario macht aber auch einen Stress hier und gerade. Jetzt habe ich das mal beiseite geschoben, Linium. Kurios finde ich das ja auch, wie schnell die aufholen. Ja. Hast du 50er gehabt, oder? Ja, 50er. Ach, die Prinzessin ist hinten bei dir, ja? Hm. Das ist schön. Das ist wunderschön. Schön ist anders. Aber dann kriegt man ja keine Hust mehr, wenn ich hier ein bisschen slidee. Oh, ein Paket. Wer legt denn das da hin? So hässliche Kurve. Ich war's diesmal, glaube ich, sogar nicht. Ich glaube, das war ich selber. Ja, also das war so eine Position. Ich rase aber auch genau drauf zu. Es ist aber kurios. Egal, was du kriegst, die kleben dir trotzdem am Arsch, wie sonst das, Alter. Und ja, durchs Schneemann-Paradies. Ist ein Traum. Ich bin doch souveräner Fünfter. Und vielleicht klappt es jetzt noch besser. Souveräner Erster. Jas, jas, jas. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt grüß sie doch noch ein Punktchen. Schön, vierter. Herzlichen Glückwunsch. Ja, ja. Das ist doch scheiße. Warum stelle ich das so weit weg? Was will ich damit? Nicht aufs Treppchen fahren. Oh, nee. Das Revegeter. Herabfallende Felsbrocken. Toll. Hüte. Kiss dich. Schnapp sie mir weg, wa? Musste sein. Danke. Und Cess and Marikina für dich. Alles easy. Ich wollte schon mal abschießen. Ich wollte schon mal abschießen. Ey, wieso habt ihr mich getroffen? Weiß ich nicht. Weil er dich von der Seite getroffen hat. Vielleicht. Hoffentlich wirst du ein Blatt gemacht, du frohe Röhe. Na, wirst du sicher. Dann kann es so aussehen. Ach, Mensch, Barri, wo du gehörst. Das ist ja wieder souveräner Dritter. Schön. Souveräner Erster. Ups, jetzt hat er es auch so nach vorne geschossen. Oh, schnell weg, es runterkommt. Da kam es runter mit dir, wa? Aber ich hatte. Schutz hier. Aua, Aua. Bananen. Was? Ich rutsche auf meine eigenen Bananen aus? Noch auch eine Banane? Was ist das denn? Wo kommen die alle her? Was war das denn, bitteschön? Keine Ahnung. Wuh, das war auch krass gerade. Krass. Ich habe doch noch eine Banane mit. Hm, habe ich erwischt. Wow, wow, wow. Letzte Runde für Dr. Bowser. Dr. Bowser? Ja, komm schon, komm schon. Zerre. Oh, hau ab mit dem Scheiß, hau ab mit dem Scheiß. Tu mir das nicht an. Sie sind keine gerade stellen, das ist ein kräftig der Hand. Ich habe nur ein Paket. Oh Mann, ist das kein verpickter Ernst? Das ist genau wie im ersten Rennen, Alter. Oder wann das war. Jedenfalls damals. Komm, jaz, jaz, jaz. Nein, 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 nein. Echt jetzt. Echt jetzt. Mann, ihr habt doch jaz. Das Spiel ist scheiße. Was lieben Punkte, bist damit vierter. Halt doch deine Fresse. zuha, was lieben Punkte. double 2 3 3 4